Selbstverständlich kann auch an Ihrer Handtasche mal was kaputt sein und wir werden uns auch darum kümmern. Sei es um so einen kleinen Reißverschluss, innen wie außen oder auch den großen hier. Nähte können wir natürlich auch nachziehen oder wenn mal so ein Riemen gerissen ist, würden wir den auch ersetzen, so weit als möglich.